Und wir gehen jetzt zu der katholischen Kirche in Lend. Wir gehen zu verschiedenen Kirchen, die abwechseln. Also im Lend, also vor Ostern, die Zeit da vor Ostern. Da wird eine Woche in der katholischen Kirche gefeiert. Und da vielleicht die nächste Woche in der evangelischen. Und die kommen auch zu unserer Kirche. Und unser Pfarrer nennt da Teil in der katholischen Kirche. Ich glaube in Amerika gibt es ja arg viele religiöse Richtungen. Und ich glaube da ist man toleranter wie in Europa. Aber du könntest die dann schon fertig machen. Ja. Ja. Also.